Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde mit NTZL Er hat einfach alle Buchstaben, die er im Alphabet schon kann zusammen hintereinander gelistet und ähm, ja, so ist er an seinen Namen gekommen Und ja, heute reden wir Nein Nicht? Nicht, nein Oh! Oh! Scheiße, ich hab' richtig verkriegt Ja, aber altes Steinschwert, ohne Steinschwert hätte ich ihn easy geweckt Ja, easy So ein Hurensohn Noob, oder? Ja, also schon easy Der wär doch jetzt Z gewesen, ja Also wir reden heute über Wasser und Und die Vorteile auch, kaltes Wasser und äh, kaltes Kohle Also Wasser und Kohle Der Unterschied und die Vorteile und die Nachteile Kohle kommt aus Afrika Genau Ähm Und es dementsprechend süß, ja, die Schokolade Ja Ja und Wasser ist, ähm, ein Ein Aria Und Und k man muss auch echt mal sagen dass das nicht geht weil es ist echt jetzt schon das war jetzt denn heute ist das Thema Wolle und Scherf die ich hab noch keinen Win ich habe einen Kilo und einen Win wenn ich am Ende so fünf Rundze fünf Kils insgesamt hab das ist richtig nice und alle richtig knackhaft gestoppt ja ich finde man sollte das auch nicht unnötig jetzt ähm ja gewinnen, Baby EZ 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 Mosi hat das Spiel geläftet am Anfang gut gehittet aber jetzt ah der Sportsmann schade machen wir jetzt Frieden oder ja extrem weit der hat jetzt gutes Grip welches? äh Gold Ketten Schau mir zu ich racking jetzt Gold Kettenrüstung und äh auf Anzeige racking ihn ja ja ich sehe schon low oh racking märks wie kann er so dumm sein wie kann er so fuck nein und da trotz der war ja und gehen weiter stehen weil ich dachte dass ich jetzt hoh und nein 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 er ist doch eh voll gut aufweist nein ich möchte mich dass er das war es abstaubt ein guter weil es ist er laut wer dann als Kämpfer liebe Zuschauer was sagt ihr schreibt es jetzt in die Kommentare Wambus schluss ja okay ich will nicht immer so aus YouTube Deutschland geworden der vier Siege Maumann sind nichts mitgenommen das ist nicht so mein Style ich habe lau gemacht so jetzt kommen mich hin jetzt was zu den ersten Sieg sonst verlierst du zu Null wie er weiß dass er low ist er keine Chance hat jetzt gewinnen wir wieder dann haben wir Prozent man muss sie es so verkauft er sagt ich habe ein ziemlich gleich gut geht Lugner ist nein doch doch ich habe so scheiß Räume Bräuchte höchsten Barsch als Prämmer wie viel Feier hast du auch Fakt hätte ich noch mal treffen sollen müssen einmal ehrlich Lolls hat übelst geleckt bei mir Nice Abstauber ach ich bin noch immer low und du noch lower okay nice wo ist der fuck er hat gut diese Grip er hat mich er hat mich ein bisschen schlechter als deins was knapp oder er das Zeiss ist haben wir so klar es tut er sofort wieder hinterher und aber ich bin nicht da was kann ich kommen ich bin nicht laut schlecht aufwärts er ist meine ich bin voll nun ich habe ein ernst 2 da ich meine ich bin voll was kann ich jetzt zu kommen und die Gokomi nicht zu mit die Stärken er wird direkt das Wasser danach mein Name aber ich habe auch vier du Opfer auf er gehört waren ohne schießen ich hab keine Güte mehr ich hab kein Zeug, ich glaub's dir einfach nicht du hast noch Eisengeschwert ich bin voll Digga komm schon warum laufst du weg ich hab viel weniger Herzen als du stell dich dem Kampf hab gelogen war eine nice Runde Leute schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn es heißt Herr Machtlfang und auf Wiedersehen ich hoffe wir sehen uns bald wieder euer Jarox oder SuperTube wie auch ich gerade heiße ähm ja ciao ich werd euch nicht vergessen